Detlefs steht für Familie und Sicherheit. Familie, weil Urlaub mit der Familie einfach am schönsten ist. Und Sicherheit, weil ein sicheres Fahrzeug der beste Schutz auf Reisen ist. Als Aris Detlefs vor 85 Jahren den Wohnwagen erfand, tat er das für seine Familie. Auch heute dreht sich bei uns vom ersten Augenblick einer Fahrzeugentwicklung an alles um das Thema Familie. Zur Detlefs Familie zählt bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge aber nicht nur die klassische Familie mit Eltern und Kindern. Alleinreisende Paare spielen hier eine genauso wichtige Rolle wie die junge Familie oder eine Reisegruppe mit Freunden. Die große Auswahl an Grundrissvarianten hält für jede Urlaubsform das richtige Modell bereit. Bei der Ausstattung legen wir größten Wert auf Familientauglichkeit und Komfort. Unsere Küchen bieten genügend Platz, um die gesamte Familie zu versorgen. Das Interieur ist so gestaltet, dass es immer genügend Stauraum gibt. Das Detlefs Schlafgutzsystem ist besonders auf die Bedürfnisse des Körpers abgestimmt und sorgt so für einen erholsamen Schlaf auf Reisen. Auch die Stockbetten sind bei Detlefs mit dem hochwertigen Schlafgutzsystem ausgestattet. Beim Thema Sicherheit setzen wir auf Spitzentechnik und arbeiten ständig daran, immer wieder neue Sicherheitslösungen zu entwickeln. Bei den Detlefs Sicherheitstrainings geht es darum, mehr Sicherheit beim Fahren zu erlangen. Hier wird gezeigt, wie man sich in Grenzsituationen verhält, um so gut vorbereitet in den Urlaub zu fahren. Detlefs – mit Sicherheit alles, was Familien auf Reisen brauchen.